Die Happy End of Franz Kafka's Amerika ist Martin Kippenbergers größtes und vielleicht auch das vielschichtigste Werk. Über mehrere Jahre arbeitete Martin Kippenberger an dieser Ausstellung. Sie zeigt 50 Tisch-Stuhl-Kombinationen, aberwitzige Situationen für massenhaft stattfindende Einstellungstests. Inspiriert ist die Arbeit von Franz Kafka in seinem Romanfragment Amerika der Verschollene. Doch hinter all diesen Objekten verbergen sich unzählige andere Geschichten. Geschichten des Designs des 20. Jahrhunderts, aber auch persönliche Geschichten Martin Kippenbergers, seine gebaute Biografie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017